Guck mal, was ich für ein Auge kriege. Motorrad bleibt okay. Ja, hast du ja ausgewählt, glaube ich. Guck, kennst du es noch? Ach ja, das ist auch sehr lange Strecken. Gegen die Viper, oder? Die Viper, ja. Boah, scheiße, die hat sich viel. Boah, die Lenkung hier auf... Ai, ai, ai! Muss ich mal die Fahrrad mitnehmen? Du musst weiter nach links, weiter nach links! Nein, muss ich nicht! Hat geklappt. 0,1 Sekunden, Alter! Ja... Au! Ja, ich auch! Ey, nicht schubsen! Vorbeifahren! Achso, auch noch! Ich dachte, ihr spielt zusammen gegen die Viper. Ja! Jetzt habe ich gerade fast schon gehofft, dass du ins Gegenteil gekommen bist. Ich bin wieder vorne! Uah! Oder auch nicht. Hahaha! Wer weiß das schon so genau? Hu! Mal hoffen, ob ich überhaupt die Videos hochladen kann wegen der Musik. Achso, hast du die Musik an? Ja. Ich halte die immer aus. Okay, bei mir zieht's aber auch daran, dass ich die immer eigene Musik hören. Hahaha! Wenn ich selber spiele, dann mal... Okay! Was machst du ja neben mir? Ich mach gar nichts, fahre eine ganz normale Kurve. Naja, aber ich hab dich gerade ganz leicht angebummst bei mir. Angebummst? Loll! Oh, lol! Mein Typ ist in der Eule, der hat gerade den Kopf und wurde 80 Grad gedreht, um mich anzuschauen. Irgendwann im Sprung. Wieso springst du bei mir immer so komisch? Ja, du sprichst bei mir auch immer so komisch. Mein Typ dreht immer schon den Kopf so um 360 Grad. Wuh! Aua! Fahr! Achso! Ich dachte ich bremst. Au! 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 Boah! Wenn jetzt die Leitplange an meinen Kopf kommen werde, wäre... Ich hätte mal... Licht aus! Ja, liegt definitiv! ja weil ich noch losgedrückt habe du hast zu früh gedrückt junge zu früh nicht mal 0,01 sekunden gewesen sein eine farbe habe ich gewonnen ich habe 2 10 die ein zehntel sogar fast ein zehntel 256 habe ich 256,8 ja ein halbes zehntel aber wie gesagt ich habe mich überlegt ich fahre hinter dir bis kurz vor ziel dann nehme ich den windschatten überhol dich und dann drücke ich noch nos das habe ich zehn meter zu früh gemacht genau ich habe vorher auch schon nos gedrückt wo du an mir vorbeigefahren bist aber ich glaube da habe ich die hälfte gelassen ne 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 kommt aber endlich ist es doch durch das wäre egal gewesen du hättest auch ohne nos hat sie doch gewonnen weil du windschatten gehabt hätten letzten meter und deswegen ich habe ja auch gesagt oh scheiße das war zu früh ich habe verloren jetzt kannst du mich doch du windschatten müssen und sie ist wieder dabei das war es aber mal perfekt das war ja auch ein perfektes rennen das erinnert mich so an olympia wagenrad rennen da fahren die auch durchgehend so hintereinander her so windschatten mäßig gut zum nächsten rennen